Will, du kannst dir die Strafe Allahs nicht vorstellen. Geht nicht. Sie sind ja erinnert, sie gehen auf die Knie. Malaike gehen auf die Knie. Propheten gehen auf die Knie. Ein Mensch kommt, der in die Hölle geht, weil der nicht La Illa Hilala gesprochen hat. Damit wir sehen, was La Illa Hilala bedeutet. Allah Azza wa Jalla sagt zu ihnen, wenn ich dir die ganze Dunja und was in dieser Dunja ist, stell dir diesen Planeten vor, alle Häuser, Steine, Blätter, Insekten, das Meer, oder was wir zu 7% vielleicht erkundet haben, das ganze Meer, Allah sagt, ich gebe dir die ganze Dunja und was in dieser Dunja ist, als Gold. Würdest du das spenden für jetzt, dass du nicht da reinkommst? Er sagt, sofort würde ich abgeben. Heute sagen, Bruder, gibst jemandem 1.000 Euro und sagst, das spenden für Allah, der würde von den 1.000 Euro 20 Euro abgeben und der denkt, der ist der Spender. Ich bin richtig geredet, Jan, ich bin richtig großzügig. Er gibt einmal aus, er sagt, ich würde alles geben, weil er sieht, was ihn erwartet. Weil er sieht, was er verpasst hat. Darum waren die Propheten so hartnäckig bei ihrer Dauer. Darum Nuh a.s. von seinen 1.700 Jahren, 950 Jahren, Bruder, die Leute haben Ohren zugemacht. Die haben sich danach, haben sich Decken über den Kopf gelegt, damit die ihn nicht sehen. Deswegen hat er sie trotzdem gerufen. Weil er wusste, was Sache ist. Was sagt der Gesandte a.s. S.W.? Wenn ihr wüsstet, was ich weiß. Dieser Hadith, Bekannte von Abu Dwar, wo Abu Dwar sagt, der Prophet a.s. hat uns erzählt, die Himmel machen Geräusche. Was sagt der Prophet am Ende des Hadiths? Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, ihr werdet wenig lachen und viel weinen. Und ihr werdet euch nachts nicht in dem Bett noch ein Frau legen, sondern ihr werdet rausgehen und suchen nach Vergebung. Würdet nicht mal schlafen können. Darum die Sahaba haben leichter Schlaf gehabt. Die Sahaba haben nie richtig tief geschlafen. Aus Sorge von Jahannam, Yom Al-Qiyama. Dieser Mann sagt, ich würde alles abgeben. Gebt mir die ganze Dunja, Gold, ich gebe das ab. Allah sagt, ich habe viel weniger von mir verloren. So mäßig, viel einfacher ist. Nicht weniger, etwas, was einfacher ist. Er sagt, was? Er hat es nur sagen müssen, la ilaha illallah. Das heißt, la ilaha illallah, eine Waqshale bei Allah wiegt mehr als die ganze Dunja, was in dieser Dunja ist. Es wiegt mehr als das. Das heißt, es ist nicht mehr, was in dieser Dunja, was in dieser Dunja, was in dieser Dunja, zuってる posição an, was in dieser Dunja, das ist ein klein,ília, Mil freakin, Mit der Dunja Layers als die Dunja alot biert mir, wiegt mehr als die Duarte. Die Dunja самых biert.